eine woche dunkelheit keine sonne morgens früh im dunkeln zur arbeit abends spät im dunkeln zurück und nach einer woche schaut man auf seinem rasen und sieht das krass ist wunderbar aber was ihr gleich sehen werdet ist schockierend weil die eiche jetzt auf die wetter schmeißt völlig krass alles alles voll alles voll ja schon ht nix hart 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 füße schnell wieder rein schnell wieder rein das gibt es doch gar nicht guck mal wie tief das ist unglaublich pusten ist besser als saugen weil man mit dem saugen auch die ganzen kleinen tierchen dass es mit aufsaugt deswegen besser pusten und haken ist trotzdem anstrengend meine frau schiebt nur ich tue das so ich muss lenken ich schieb nur längs die müssen das ganze laub weg fahren es ist einfach zu viel das durch die und die Okay. Oh! 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 So voll! Shit! Oh! Oh! Shit! Ah! Ja, wo wollen wir jetzt? Die Typen mal vorne. Hey! Gehst du, ja? Ja, schon wieder waschwerfen. So, liebe Rasenfreaks, das war's wieder mit dem Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst im Video. Ich freu mich drauf. Bleib dran! Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!